nicht 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 nehmen nämlich nicht ich werde mir nach dem stream meine spätzle pfanne warm machen du denkst jetzt schon anders nach den stream wir haben gerade angefangen zu sehen diese der dauert noch stunden ich habe gesagt nach dem stream anja kriegt denkt an essen die hungergefahr wird ausgelöst ja vor dem stream er sich ja nicht mehr logisch weil du ja dann im stream fresskoma christ und dann überhaupt nicht mehr da bist haben wir ja schon erlebt ja die 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 ramme macht jetzt auf den torsten nein ich höre nur interessiert zu ja das bringt ja es macht sehr weiter kommen bei der konversation wenn du nur zuhörst ich weiß das hört das hilft sehr ich weiß erzähle mal ein schwank aus deiner jugend oder ist sie geschwankt oder sprangst du heute noch ich schwanke heute noch dann ist gut dann müssen wir abwarten von einem bein aufs nächste bill torsten 2.0 ja ich bin nicht torsten 2.0 ravi rede mit mir von nils ja nils was soll ich dann mit dir reden du musst genauso viel mit nils reden wie wenn der nils im channel ist wie er mit uns dann redet ja das ist dann ein wort weniger als der torsten ja ja aber ja nils die mausie hat nämlich auch das problem der kann reden ist nicht drin also nicht äh multitasking fähig doch das meint nicht wohl aber mit dem reden das das muss er noch lernen aha oder du musst immer eine zange parat haben um ihm die worte aus der nase zu ziehen ja wieso wusste ich das aber sonst ist der nils ein ganz lieber ja das habe ich schon mitgekriegt er ist sehr knuddelig knuddelig was naja er begrüßt mich doch immer mit knuddel achso was opi weiß doch hab Angst vor rami erzählst kein weiter ich auch na schönen dank auch ihr stellt mich hier gerade hin als wäre ich ein ungeheuer nein ich bin sensibel äh rami ja sollst du lügen äh was das angeht ja ne super beckler ich bin sensibel ja klasse jetzt weiß ich warum der opi so weit weg ist ja ja das ist überlebensinstinkt anja ne das meinte ich jetzt nicht ich hatte den tempomaten auf zwölf achso ja klar ja und die maschine kann 15 rami du darfst nicht lügen ei von norwegen ich lüge nicht ich verbiege nur ein kleines bisschen die wahrheit ein kleines bisschen ja ganz kleines bisschen ne torsten kann die wahrheit gar nicht verbiegen weißt warum ne dafür müsst ihr reden opi bäh ja dankeschön ich wusste es ich wusste dass das jetzt kommt opi bäh die ding die ding die ding reichen zwei oder machen wir vier ich würde machen hm 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 tram когда fahr du einfach mal ich werds ja dann sehen das war das heißt viere das war wieder so ein halt einfach die klappe und mach ehrlich immer dasselbe ne macht ihr sechs nein nos wenn du auf jeder seite drei macht dann hast du drei plus drei ja du warst das wort nicht auszusprechen eine auch nicht klappen ja gut so auch nicht klappen ist ja keine klappe dran hast du eine klappe dran die 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 leise sonst macht er das wirklich diesen monat nicht mehr nein naja heute ist der letzte wo ist ein mikrofon inis wieder ein stück weg vom mund wir lenken obi ab und macht den roten balken kaputt diesen monat nicht mehr die 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 anstrengender als neun Stunden. Da hast du wohl recht mit. Vor allem die letzten zwei. Die letzten zwei sind immer sehr sehr kritisch. Die ziehen sich dann bisschen. Mit so ein Kaugummi. Oder ein Gummiband. Gummiband schnellt aber irgendwann zurück. Gummiband. Da habe ich sofort an unser Auto gedacht. Hä? Warum dieses? Weil wenn du bei einem E-Fahrzeug aufs Gaspedal trittst, da zieht und zieht und zieht wie ein Gummiband. Du merkst, da ist immer mehr, 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 mehr. Egal aus welcher Geschwindigkeit du willst. Das Ding zieht einfach. Wenn du irgendwo abbiegen willst, von einer Nebenstraße auf der Hauptstraße. Du hast nicht das Problem, kriege ich die Kupplung richtig oder kommt die Kiste aus den Pötten. Du brauchst ein Raubtreten, der ist sofort da. Prost, Uppich von Rami. Prost. Danke. Ich gebe mir auch Kaffee hohen. Na denn? Husch, husch. Was heißt hier husch, husch? Na husch, husch. Ich kann nicht huscheln. Watscheln los, mein Kaiserfinguin. Ja, watscheln. Mein kleiner was? Mein kleiner Kaiserfinguin. Watscheln los? So wie Wasser trinken nicht vergessen. Sonst geht Rami Omi sagen. Du versuchst das gut von dir abzuwenden, ne? Ich geh nicht petzen. Nein, nein. Ich kann im Moment eh nicht laufen. Wieso sollte ich aufstehen? Ach ja. So, ich geh in Kaffee hohen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Da hört man ja wieder Videos. Ja, mein Mann. World of Tanks. Eigentlich im Stream. Mal eine Frage an die, die den Stream aufhaben. Keine Ahnung. Für den hab ich ja auch. Zumindest den Ton. Ja, ich ja auch. Ich hab den Ton raus. Ja, Ton. Von Norwegen. Torsten und Zunge rausgesteckt. Selber. Bäh. Danke, Christian. Ich höre nichts von Christian. Ja. Vielen Dank. Dann muss Feld 59 nur noch gedüngt werden. Ich muss mich mal kurz muten. Benjamin ist gerade zugesucht. Bis gleich. Bis gleich. Ja, da kann man auch Steine sammeln auf dem Feld 7. Ja. Muss aber vorher gekalkt werden. Ja. Weißt ja, was zu tun ist, ne? Und dann könnt ihr ja ansehen. Bittetag. Bibi. Danke. Und Brati, guten Abend, ihr drei. Bibi-Obi. Dankeschön, Thorsten. Danke, Norwegen. Brati, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. So, ich habe vorhin gesagt, ich wüsste nicht, was ihr zu essen gebt. Das war richtig und falsch. Hat die Omi bestellt? Nein, 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 nein. Die hatte schon gekocht, nur ich habe es mal wieder vergessen, bis ich gerade in der Küche war. Ach so. Die Kartoffelgritte mit Flügelpullet und Jemüse. Oh ja, das gibt definitiv wieder aufer Bauch. Ach, Nami ist auch wieder da. Ja, ich habe Nami rausgejagt. Danke. Bitte. Man, seid ja in der verrückten Gruppe. Hier bleibe ich. Hier ist immer was los. Wer ist hier verrückt? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Das kann nur Thorsten meinen, weil er die ganze Zeit dumm durchquatscht. Hopi, hier. Ja, bitte. Dankeschön. Bäh, sagt er. Bäh. Da bekommt Thorsten nichts ab. Keiner kriegt so da ab. Außer die Omi. Und wenn ich Glück habe, kriege ich was. Wie? Stinkt ihr, lacht ich kaputt. Wenn du Glück hast? Nein, natürlich kriege ich was. Was glaubst du? Wenn du, wenn ich Pech habe, sogar Bauchschmerzen. Weil das nämlich so lecker ist, dann ich wieder viel zu viel davon esse. Okay. Hopi, danke Thorsten. Bitteschön. Die, 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 die. Es geht sofort weiter. Es geht sofort weiter. Ja, ich muss doch auch mal Standbild-Simulator üben. Achso. Level-Dingsbums machen. Dingsbums verstehe ich. Gut. Ja, ja, ja. Äh, Controller muss nur an sein, sonst funktioniert das nicht. Ja, sonst... Guck, wie machst du ein Bild im Discord rein und schreibst Thorsten Teller? Nein! Ich habe noch nie Essen gepostet. Habe ich auch nicht vorzumachen.